Wann ziehen wir herum? Am Ende. Beste Phase. Geht auf die Ads oben. Ads gehen zu rot. Ok, das Schild kommt gar nicht um die NRZ. Was war das gerade für ein grünes Zeug, was vom Boss weggegangen ist, von dem Mob? Meinst du diese grüne Suppe? Das sind die Sachen auf der anderen Ebene, die, wenn die jemanden verfolgen, hinterlassen die das. Ich find's voll fancy, wie man die anderen Leute hier sieht. Hallo Mars. Wo bist du? Ich steh direkt vor dir, glaub ich. Das ist eine gute Sache, ja. Ist das richtig, dass der Charme aus Grupa 1 nach oben ist? So. Keine Ahnung. Vielleicht ist mir beim Schieben irgendwas kaputt gegangen. Keine Ahnung. Bleiben wir noch hoch. Bleib unten. Ähm. So, die neuen Ads sind da. Theoretisch zieh die mal zu rot, einfach, dass wir uns da dran gewöhnen, bitte. Ich hab'n DC. Das ist jetzt der Cast, wo die Leute eigentlich hochgehen müssen, glaub ich. Max, nimmst du die Ads und holst sie zu rot? Alter, was? Ich bin dabei. Sie bewegen sich nicht. Sie bewegen sich nicht, ja. Jetzt ab. Also unter Kicken kann man sie auch nicht. Also die Leute, die unten sind, müssten jetzt theoretisch nach oben, glaub ich, aber... Ja, dann kommt hoch. Wenn das der Cast ist. Sag das dann einfach an, wenn der Cast ruhig ist, dass sie wieder runtergehen kann. Das macht halt fähig. Macht halt die Silo schade. Ja. Tatsächlich. Ja. Stimmt. Ähm, aber wenn dieses eine... Wenn dieses eine Ad, ähm, stirbt, dann geht noch aus ihm so vier grüne Sachen nach außen. Was ist das? Was ist das für eine... Also auf, auf, auf... Also auf, auf... Fast endet in fünf Sekunden. Ja, also zumindest... Also zumindest in dem Spirit Realm wird man dann kurz weggenockt. Also man wird davon getroffen und halb weggenockt. Oh wow, ich hab's getestet. Also gehen wir jetzt wieder runter. Ja, jetzt geht hier wieder runter. Okay, da ist der Silence. Da darf man nicht drin stehen bleiben. Ach ja, hier sind die Kack-Ads auch wieder. Ah, da... Diese... Diesen Silence... Jetzt musst du da weg, äh, wer auch immer hinter mir da ist. Pulsiv. Ähm... Die dürfen nicht hintereinander stehen. Diese... Diese lila Geschichte oben, die darf man nicht ineinander ablegen, weil man kriegt... Genau. Viel Schaden, wenn das ineinander ist. Das ist, äh... Das ist auch in der... Spirit Realm da. Diese... Diese lila Fläche. Okay, gut. Du musst da... Ähm... Wir sollten nicht hintereinander stehen. Okay, das verschwindet aber, wie man sehen kann. Okay, das ist gut. Das heißt, oben müssen wir verteilt stehen. Leben und Tod. Interwoven. Nein, du brauchst da unten Unterstützung. Ich glaube, du bist alleine. Dunken. So, Phasenwechsel. So, jetzt kommt nach vorne. Die Gruppe oben kommt nach vorne an den Boss. Wir ziehen Hero. Und was ist mit der Soul Queen unten? Muss hier auch noch sterben oder was? Kann unten auch jemand Hero ziehen? Ich glaube, wir haben das nicht abgekuckt. So, ihr müsst jetzt zu grün unten. Okay. Jetzt. Und jetzt gehen wir gleich zu grün. So, jetzt gehen wir zu grün. Und ihr steht am Boss. So, und jetzt wieder Wechsel. Wir stehen am Boss, ich glaube. Ne, jetzt geht ihr. Jetzt geht ihr. Jetzt geht ihr zum grün. Und wir stehen am Boss. Das ist immer im Wechsel. Wenn wir den Cast haben, müsst ihr weg. Und wenn ihr den Cast habt, müssen wir weg. Müssen wir weg. Und ihr müsst ran. Oha. Ich auch nicht. Was passiert? Und nicht tot oben. Ja, jetzt war es unten. Ja, du redest es. So, jetzt geht er wieder nach vorne oben. Und unten weg. Wieso ziehst du den Boss in die... Was machst du? Ich teste was. Hat weh getan. Wir haben nachher noch... Wieso machen wir das? Wieso machen wir das? Ja. Kann der Boss bitte wieder zu rot? Kommt nach oben an den Boss ran. Das ist schwein. Surrendering Doom muss... Ja, okay. Wir gehen zu grün. So, das war's. Doom Surrender ist... Ist recht über die Gruppe hinten. Und Surrendering Doom linke Gruppe hinten. Okay. Die Weglaufmechanik hat sich doch ein Range-Spiel ausgedacht. Die...